So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind hier immer noch auf der Karalleninsel. Ähm, ja. Wir haben ja mehrere, ja nicht so, ähm, ja wo man Sachen sammeln musste und ein bisschen verwirrt waren, wo wir durchlaufen müssen, Quests gemacht. Und jetzt sind wir eigentlich schon so weit, dass wir wahrscheinlich jetzt Richtung, äh, Endboss kommen. Ja, Lagun heißt der Endboss und, ähm, sieht man jetzt auch an diesem Idol. Wird wahrscheinlich sehr schwer sein. Also, wenn wir jetzt dort das erste Mal sterben, dann, ja. Weil der Endboss noch nicht so balanciert ist. Aber wir haben ja uns mega zäh gemacht. Zwar haben wir jetzt noch nicht so viel Leben für solch ein Beat. Aber dafür auch gut. Glancing Blue und so. Also Glancing Blue ist jetzt nun bei noch nicht so hoch, weil ich viele Items nicht einsetze mit Glancing Blue. Jetzt muss ich nur noch wissen, ob das war. Nein, nur 40 haben wir. Also die Hälfte haben wir schon. Ohne Items mit Glancing Blue. Ein paar Items habe ich, glaube ich, mit Glancing Blue. Ne, gar keine. Doch, ein Ring haben wir. 18. Äh, ist das Krit. Ja, ähm, auch glaube ich habe ich, oder? 7. Okay. 7 Glancing Blue haben wir. Also, ist noch nicht so gut. Bei dieses Leben, denke ich mal. Aber dennoch haben wir es. Gute Resistenzen. Ähm. Gute Lebensregeneration für alle. Ja. Ich muss fast nie Heiltränke trinken. Gut. Was waren Fehlergänge? Da sieht man immer, wie unterschiedlich die Entwickler die Gegner setzen. Ja. Wenn wir besser einsamen können, würden wir dann auch wieder den, äh, Vulcanic Orb, ähm, Soh, so weiter machen. Das will ich jetzt aber momentan nicht machen. Wir müssen gar nicht hier hin. Das ist doch dieser Sailor. Ah, es ist dran der Captain. Ja, toll. Wir sind falsch. Wahrscheinlich hier. Wenn es nur angezeigt werden würde, wo man hin muss. Aber nein, sie schreiben nie, wo in welches Gebiet man muss. Ja, hier scheinbar auch nicht. Hier scheinbar aber auch nicht. Doch, hier. Äh. Toll. Also ins andere Gebiet, ins erste Gebiet, Perfellig verwendet. So. Haa. Okay. Okay. Kommen wir mit dem Schmucker bitte. Scheinbar schon. So, haben wir auch abgeschlossen. Also dann gehen wir am besten hier hoch irgendwo und dann kommen wir wieder in das Gebiet mit dem Teil, wo man platzieren muss, okay. Schön entwickelt, dass sie das so verwirrend macht, gehörte zu einem Action-Rundspiel. Ja, so mega verwirrende Quests. Äh. Da findet man sich ja immer zurecht. Man ist ja in einem Action-Rundspiel, will weiterkommen und hat solche doofen Quests, wo man nicht weiter weiß. Toll. Dankeschön. Sehr nett. Ich glaube, Action-Rundspiele sind gar keine Action-Rundspiele. Das sind Glücksspiele, das sind ja Versuchskaninchen mit anderen Chans gemischt, aber richtige Action-Rundspiele sind sie nicht mehr. Ja gut. Schon gut, wenn man mischt, aber ich hätte jetzt lieber bessere Quests als so schlechte Quests. Also so verwirrende Quests. Schlecht sind sie ja nicht. Und wenn man nie weiss, wo man hin soll, dann ist das nicht so gut in einem Action-Rundspiel. So. Jetzt gehen wir noch kurz hier links und rechts. Nichts. Wow. Solche Sachen verstecken, schaut's drühen zu, gehört zu einem Action-Rundspiel. Aber Last Depot machen wir das leider nicht so oft. Ah ja. Da haben wir die Perle hingetan. Da muss man nicht. Und hier haben wir jetzt auch die Perle. Ah, okay. Jetzt einfach aktivieren. So. Tempel of Lagon. Sehr schön. Ja. Eben. Der Gegner sollte extremst stark sein. Ah, cool. Er hat, er macht so Tentakel, die den Weg für Sperren aufgehen oder uns angreifen. Sehr schön. Aber jetzt weiss ich nicht wo, wo durch. Also ich sehe nirgends ein Indiz, wo ich jetzt hin muss. Okay. Ich geh einfach mal dort, wo die anderen nicht durchgehen werden. Einfach mal, äh ja, hier nach unten, links. Das wird wahrscheinlich oben rechts sein. Aber gut. Ja. Meruna, Ogre of Tenno, Cry. Oh. Spell Damage nehm ich mal mit. Ingen physical damage. Nö. Weiss einer wo es hingeht? Ich hab ne Verabredung. Okay, da ist er aber gestorben. Gegner. Out. Beat. Schirm. Auch Outscreen gestorben. Ich hätte schon gedacht, der würde noch irgendwo stehen und mich angreifen. Und mich one-hitten. Aber gut, dass eben das Blicken so zuverlässig ist. Ist doch sehr schön. Ja wunderbar. Ich denke ich muss nach links dort. Ich bin wahrscheinlich schon wieder richtig gelaufen, weil es so weit geht in die Richtung. Aber ich gehe jetzt glaube ich falsch. Ich müsste nach links gehen. Oh, das ist wirklich ein schönes Gebiet. Und ja. Alles, dass das Verwehren des ist. Es ist eigentlich sehr unterhaltsam. Ich liebe das Tanzen. Muss ich den Tentakeln folgen oder was? Ich gehe jetzt mal hier nach unten. Ja. Hier scheint es aber richtig zu sein. Ach. Da kommen auch noch mal die Sharks. Cool. So langsam habe ich das Gefühl, ich könnte mal echt in Bedrängnis kommen. Ach Gott. Jetzt. Okay. Ganz gute Idole scheinbar. Hast wenn man einen Toten platziert. Könnte ich vielleicht gebrauchen für diesen Bed. Ja, ich weiß, dass ich voll bin. Etwas weniger. Das ist gut. 1555 Schaden. Ja. Ja. Wieso kann ich jetzt nicht hier durch? Hm. Wahrscheinlich in die andere Richtung. Klar. Wo es am weitesten ist, muss man auch durch. Hier könnte es durchgehen. Und hier ist auch wieder ein. Ja. Okay. Scheinbar irgendwo hier. 54. 50. So. Flanking Strike habe ich vorher gespielt. Ich habe keinen. Okay. Dachte ich nicht. Ich dachte Flanking Strike hätte uns gespielt werden. Ähm. Ja. Jetzt. Ich kann erst wieder da oben irgendwas skillen. Ah ja. Ja. Ich habe ausgeskillt hier oben. Weil nichts ist mehr für mich. Wieso ist nichts für mich da oben? Ja gut. Ja. Es gibt immer diese Räume mit den Sharks. Und die sind kein Problem für uns. Und sie auch einzeln kommen. Oha. Ist doch auch ein cooler Angriff. Ich nehme dich irgendwie an Whirlpool. An Geysirn. Ach gut. Du sterb dich nicht mehr. Cold Damage. Quidley Strike. Ja leider nicht so. Ähm. Ja. Ziel. komm nicht ans ziehen. Ah, jetzt ist aber auch etwas zu sehen. Gut, dann haben wir das wahrscheinlich jetzt dann gelöst, weil wir jetzt auch etwas sehen, wo es hingeht. Ausgewichen. Tschö. Nochmals, heh, heh. Jetzt noch hier schauen, was hier ist. Hm, vielleicht nicht, das geht es mir nicht. Ja gut, wegen dem Schab. So, also, jetzt ist jetzt der Endboss. Tempeltiefen. Hm. Ich habe irgendwie so eine schlechte Vorahnung. Dass es jetzt gerade sehr schwierig wird. Jetzt wollen wir zuerst wieder ein bisschen mappen. Ja, passt. Immer wenn ich Vorahnungen habe, dann ist es wirklich schwer. Und wenn ich auch einer, der gerne dann stirbt. Weil ich ja so gerne sterbe. Ja, du machst keinen Schaden. Ich weiß, dass du deine Wellen keinen Schaden machen. Aber du musst sie nicht so platzieren, dass ich sie nicht ausweichen kann. Ich muss wieder ein bisschen anmalen. Ach komm. Dankeschön. Ja, 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 ja. Jetzt haben wir die Healing Nova. Und dann bald haben wir das Machen. Jetzt haben wir 17, also noch 3. Ich will aber nicht weniger Duration. Ja, vielleicht 15% weniger Duration. Geht noch in Ordnung. 1, 2. Was haben wir noch gesagt? Irgendwo müssen wir noch einen Punkt. Ah, Aria genau. Wenn noch einen Punkt drin steht. Aber sonst wären das 45% weniger Dauer. Und das ist zu viel. Ja, und hier haben wir gesagt noch weiter. Schön grüßen. Ah, ganz viele sind sogar platziert worden. Okay. Damage via Channeling. Das wäre vielleicht ein gutes Amulet von so ein Bild. Was ist denn das? Hat hier irgendwie ein Gegner so einen komischen Blitzangriff. Was wäre eigentlich, wenn man die Spriggings ganz oft spawnt? Also so oft wie möglich Kompanions geht? Ist es dann stärker? Ne, denke ich noch nicht. Einer ist klar. Sicher viel stärker. Hm. Müsste mal noch auf Krit gehen. Ne, ist ja nicht nahe Kampf stehen. Also wir sind ja dann nicht nahe Kampf stehen. Geht ja gar nicht. Das wäre auch noch eine Überlegung wert. Wieso nicht? So eine mega Armee Vollspreets. Als Ersten werden wahrscheinlich nur drei oder vier sein, aber das wäre dann auch sicher cool. Ja, die Gegner haben echt gut, können sich gut führen. Wir haben ja ein bisschen Probleme, dass wir da manchmal Türen im Weg haben. Wie ich das gerne mache. Die Tentakel einfach ins Leere schießen, flöten lassen. Ah, das ist doch toll. In jedem Spiel liebe ich es, wenn der Gegner einen nicht treffen kann. Ob er zu langsam ist. Ist einfach so schön angenehm. Einfach zu proken. Die Angriffe zu proken, die gehen rein. Das ist rundherum. Ja, da ist ein Eingang. Äh, das ist der Anfang. Das ist nicht der Anfang. Aber hier haben wir jetzt wieder zum Beispiel keine Anzeige. So, ich pacen schon mal. Ja, da muss ich noch ein paar Punkte reinsetzen. Das ist ja klar. Ja, da muss ich noch ein paar Punkte reinsetzen. Das ist ja klar. Ich weiß es leider nicht, wo wir hin müssen. Das sind Defensive, manche. Das ist ja klar. Ob ich noch ein paar Punkte reinsetzen. Ich darf nicht so viel aufsachen. Ja, so langsam aber auch genug sein. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich muss langsam kommen, aber ich will die gute Eins. Schon heftig. Wer terminend alleine? Ich bin in. Oh, schau. Ja, gut. Komm jetzt zu mir. Kommst du zu mir. Komm mal zu mir, wie bei Spriggan. Komm doch schön mal zu mir. Ja, ist schon heftig, 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 heftig. Aber auch cool. Also wirklich. Ja, jetzt. Genau, jetzt sterbe ich. Nur wegen diesem kleinen Schlag. Oh, man. Ich wusste, dass ich sterbe. Aber wegen diesem kleinen Schlag, ey. Sind die Entwickler völlig crazy. Also, ja, darf man nicht mal Nahkampf sein. Dankeschön. Hei. Schon heftig, he. Ach gut, ist er ja down. Manchmal denkst du alt. Was soll das denn, liebe Entwickler? Oh. So ein Angriff hätte ich locker ausgehalten. Aber er wurde natürlich so stark gemacht, dass er immer war. Naja. Ich hab so gute Elemental Resist, ich hätte das ohne Probleme Stand gehalten, wenn's balanciert wäre. Aber nein, es ist natürlich nicht balanciert. Was kann man denn machen? Ja, dann steht doch nicht immer alle nur auf. Jeder von diesen Teilen steht wieder auf. Ist einfach zu heftig. Und der Spriggen braucht halt viel zu lange, um da noch. Die Gegner zu attackieren Also wir beschäftigen mit so kleinen Scheißgegnen Ist ja nicht so wild, dass ich gestorben bin Aber es ist einfach nervt Dass es schon wieder das Game war Was man da einfach umbringt So gut habe ich nicht weggekont Das ist Zeugswarenweg da Naja Es sind halt zu schnell Also die grossen Gegner Sind zu schnell Zu stark Zu zäh Alles mögliche Es ist halt einfach nicht balanciert Das ist es Und das Scheiß Mana Zeug Ist auch nicht Es ist alles nicht gut Balanciert Einfach nur Balancing und Bugfixing Da leidet das Spiel halt sehr Darunter Weil die Entwickler einfach wollen, wollen, wollen Und nie etwas zu Ende bringen Das ist das größte Problem Das Spiel macht so viel Spass So viele tolle Sachen Nur eben Was hat es wert, wenn es halt einfach Vibral hackt Wer will denn so viele Gegner besiegen? Das ist das Hauptproblem Du hast dann zwischendurch ganz starke Gegner Und bist nicht vorbereitet Das ist einfach das Hauptproblem Ja, diese Wellen machen keinen Schaden Ab der Schlag macht einfach mal zu viel Schaden Das ist nicht gut Das ist nicht gut Er macht schon Schaden, die Welle Aber wenn man schaden Vom Schlag sollte nicht so viel höher sein Man stirbt Per One-Hit Ah Okay, es ist ein Wall Also ich hätte es lieber auf eine Stangenwaffe Ich weiss, ich könnte es nie brauchen, glaube ich So ist der Tentakel so resistent Hat sich auch Geht es jetzt durch, bitte Man irrt ständig, ewig, lange irgendwo hier durch Da soll ich was machen So Endlich mal wieder ein Punkt Ja Dann wieder mit Bleeding noch mehr Damage machen Hier ist auch nichts Okay Sehr verliert Aber hier könnte es weitergehen So wird mir das nicht früher gesagt Ja Toll Ja Oder ist das jetzt wirklich der neue Weg Wir sind glaube ich da, wo wir am Anfang dann hinten rechts gehen In Erfnachung hinten rechts gehen müssen Ja Ja Aber irgendwie sind wir doch hier von rechts, äh links gekommen So jetzt Hierzu ist Jetzt sind wir von hier oben links gekommen Fast wieder gestorben, weil, ja Man einfach nicht die Richtung ändern kann genug schnell Toll, dankeschön Ja Hier und dann nach oben Dankeschön, liebe Spiel Mach es doch noch verwirrenter Nein, nicht hier Hier unten Nach oben Mach es doch noch noch viel komplizierter Dankeschön Ja, dann halt eben nächstes Mal Ja toll, dann gehen wir halt links oben durch Okay, das machen wir im nächsten Part Dankeschön fürs Zusehen Und Ja, danke Das es, ja Zu unterhanden ist Tschüss